Mit Holz kannst du alles machen. Ich hatte schon immer Holz, wenn du im Wald durchlaust. Du interessierst dich auch für die Bäume und alles. Ich habe einfach wirklich die Freude an diesem Werkstoff Holz. Wenn man immer etwas mit Freude macht oder gerne macht, dann macht man es auch gut. Ich habe gerne den Geruch vom Material Holz. Und ich rieche noch, was ich gestern gemacht habe. Der Staub oder einfach den Holzgeruch. Das finde ich jedes Mal wieder schön. Wir haben immer Freude am Holz. Das war immer unser Stolz. Wir sind noch eine der Schreinereien, die das Holz direkt vom Wald kaufen. Das ist ein bisschen wie Ego Technik spielen. Man beginnt mit kleinen Teilen an. Und innerhalb kurzer Zeit kann man sehr grosse Dinge aus dem Ganzen entstehen lassen. Das ist ein bisschen wie Ego Technik. Das ist ein bisschen wie Ego Technik. Das ist ein bisschen wie Ego Technik.